Langsam aber sicher hatte der mörderische Kampf seinen Zenit überschritten und die Waage des Sieges hatte sich den Guten, in Gestalt von Winnetou, Sam Firegun, Dick, Pitt, Polter und Potter zugeneigt. Aber auch von Tresco und der fliegengewichtige Goldschmied Wallerstein hatten ihr erstes Gefecht im unerbittlichen Westen tapfer geschlagen. Gleich zu Beginn des Scharmützels hatten sie ihr Augenmerk auf Sander und Wolf alias Latour und Letrier geworfen. Ich nehme Latour und Sie den Diener. Ehe Sie an Verteidigung denken, müssen Sie die Schlinge um den Hals haben und besinnungslos am Boden legen. Diese Aufforderung des Polizisten hatte sich bewährt. Nach wenigen Minuten des Kampfes waren die Angreifer Sieger. Sander und Wolf waren gefesselt, sämtliche weiße Schurken hatten für immer verloren und nur einigen gewandten Indianern war es gelungen zu entkommen. Sam Firegun war nicht der Mann, lange Fragen über seine wunderbare Rettung auszusprechen, wo es jetzt galt, den Sieg zu benutzen. Vorwärts Leute, zu den Pferden, rief er, damit sie uns nicht verloren gehen. Und ihr drei, meinte er zu Tresco, Wallerstein und dem Steuermann, bleibt bei den Gefangenen. Werden nicht lange vorscheinen und uns nachher auch schon kennenlernen. So rasch wie möglich ging die wilde Jagd von Dannen, um die Pferde noch vor den Flüchtlingen zu erreichen. Die drei zurückgebliebenen ließen sich nieder. Kräfte